Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Videoserie, in der es darum geht, wie wir den Videostream einer Überwachungskamera herausfinden können, wenn wir diesen nicht kennen. Im letzten Video habe ich euch das gezeigt, wie das mit einer OnWiv-fähigen Kamera und dem OnWiv Device Manager geht. Wenn es nur eine normale Kamera ist, die jetzt den OnWiv-Standard nicht implementiert, aber RTSP zur Verfügung stellt, wo das vielleicht nicht angegeben wird, da können wir das folgendermaßen machen. Ich habe jetzt hier ein Programm, das heißt URL-Snooper. Das werde ich wieder im Artikel verlinken und in der Videobeschreibung. Das starte ich jetzt einmal und das sieht folgendermaßen aus. Ihr seht jetzt hier, ich mache mal Suche anhalten. Wenn hier Beobachte Netz nicht angeklickt ist, müsst ihr das anklicken, dann beobachtet das Programm, scannt quasi im Hintergrund, überwacht da die Ereignisse bzw. sucht nach diesen Streams. Und es ist so, man kann die Sprache hier umstellen, Englisch, Deutsch und so weiter. Ich habe Deutsch gewählt und es gibt hier noch den erweiterten Modus. Ohne sieht das so aus, erweiterte Modus, so, dann kann man hier filtern. Aber da wollen wir uns jetzt länger nicht aufhalten. Also ich habe das Beobachte Netz angeklickt, damit überwachte jetzt das Ganze im Hintergrund. Und jetzt muss ich die Software starten. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Reolink-Klient starte, den starte ich jetzt einmal, jetzt lockt er sich in die E1 Pro ein und dann greift er auf das Videobild zu, rechts und da sehen wir, das ist gerade. Ich schließe die Software jetzt wieder und da hat sich hier nichts getan. Also hier ist nichts aufgetaucht, das heißt, da wird kein RTS-P-Stream direkt gesendet, sondern über OnWish wird das gemacht. Anders, ich kann das mal in Wireshark zeigen, da werde ich eventuell noch ein Video machen. Das wird eben nicht so im Klartext gesendet, dass er das quasi raus scannen kann. Also dann starten wir jetzt mal in dem Fall Eisbite, da habe ich das vorbereitet. Es ist natürlich dann entsprechend, ist es so, wenn ihr die Kamera habt und habt die hier eingebucht, ist es immer empfehlenswert, die Software des Herstellers zu starten, zum Beispiel von Frostcam oder was es sonst noch so gibt und dann hier zu gucken, ob die Adresse da auftaucht. Ich werde jetzt Eisby starten. Als Beispiel, bei Eisby wissen wir natürlich immer, wie die Adresse lautet, aber ich brauche für dieses Beispiel hier eben ein externes Programm, wo wir das sehen können. Und ich habe das jetzt gestartet, er stellt die Verbindung her und wir sehen jetzt hier auch direkt, da taucht jetzt was auf. Und da sehe ich auch direkt den Stream, das heißt, samt die Adresse und den Stream, also RTSP und die IP samt Sports. Was mir aufgefallen ist, bei der Kamera muss man übrigens den Pfad doch gar nicht angeben. Man kann auch direkt das hier eingeben. Der Pfadteil ist da doch gar nicht nötig in dem Fall. Es gibt ihn aber. Ja, es gibt eben zwei Streams, ein Hauptstream und ein Substream. Die sehen wir jetzt hier eben nicht direkt. Das ist der Stream, der jetzt hier rechts empfangen wird. Das ist in dem Fall der Hauptstream. Das sehen wir an der Qualität. Und so können wir eben auch die Adresse bzw. den Stream rausfinden. Das ist also die zweite Möglichkeit, die folgendermaßen funktioniert noch mal kurz zusammengefasst. URL-Snooper starten, beobachte Netz anklicken und dann die Software starten, in der ihr den Videostream betrachten könnt. In den meisten Fällen ist das eben die Software des Herstellers oder zum Beispiel das Webinterface, wo ihr die Adresse dann aufruft. Da kann das dann je nachdem hier funktionieren und taucht da auf. Wie gesagt, muss es aber nicht. Die OnWave-Möglichkeit gibt es noch und ich plane noch ein drittes Video. Das wäre dann die dritte Möglichkeit, die noch ansteht mit Wireshark. Allerdings ist Wireshark ein bisschen kompliziert, also ein bisschen komplizierteres Software. Deswegen habe ich hier die ersten beiden einfachen Videos zuerst abgehandelt und die ersten beiden Möglichkeiten eben. Das war es auch schon. Jetzt wisst ihr Bescheid. Den Link zum Artikel mit den anderen Möglichkeiten und den weiteren Videos werde ich unter dem Video in der Videobeschreibung verlinken. Das war es von mir. Ich hoffe, dir hilft dieses Video weiter. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.